Okay, das Klang hat sowas ja noch hingereiht, so... Das wollte ich zwar gar nicht, aber okay, machen wir einfach mal. Schweine. Wind mich los. Ich werde jeden einzelnen kalt machen. Ruhig, Sophia. Das ist ein Blutbad. Wir verlieren zu viele Leute. Vielleicht haben deine Leute jetzt genug geopfert. Das ist... unser Schicksal. Ich habe mich in dir geirrt. Sag mir, wie ich euch helfen kann. Ich muss die übrigen in Sicherheit bringen. Der Katakombeneingang ist dicht. Ich werde ihn freiräumen. Ich habe schon gesehen, wo ich hin muss. In der Cutscene ganz kurz. Und zwar dahin. Wo sind die Leichen hin? Ich wollte die noch looten. Welche Scheiße. Der ganze Loop, man. Alles weg. Okay, von hier komme ich dahin. Wie auch immer sich das gemacht hat, Alter. Ich könnte das nicht, wenn ich so in die Wand springen würde. Ich würde einfach gegen Klatsch und wieder runterfallen. Vielleicht bekomme ich sie von hier aus auf. Die Katakomben. Da sind wir sicher. Warte mal. Bevor ich jetzt schieße, gucke ich mir noch ein bisschen um. Eine Art Waffenlager. Das sollte gehen. Granatenpfeile. Okay. Wieso kann ich keine Pfeile aufsammeln? Ich habe doch gar keine mehr. Ah, das sind alles Granatpfeile, glaube ich. Ja, Explosivfalle, jo. Gibt es hier irgendwo einen Hinweis? Ne, okay, weiter. Weg von der Tür! Danke, Leila. In den Katakomben sind sie erstmal sicher. Ich weiß, dass du die göttliche Quelle suchst. Aber mein Volk schützt sie bis zum Tod. Dein Volk ist dem Tod schon sehr nah. Ihr könnt sie nicht ewig beschützen. Wir haben lange durchgehalten. Aber erstmal... bin ich froh, dass du für uns kämpfst. Sie nähern sich jetzt dem Turm. Da sind noch Leute drin. Bring die anderen in Sicherheit. Sie brauchen dich. Okay. Heiß! Ähm... Bring ich jetzt die AK oder die Schroflinde wieder? Oh, ich kann mich hier hinsetzen und Pause machen kurz. Aber erstmal hören wir uns das hier an. Ja, okay. Oh! Hm. Scheint eine Art Karte zu sein. Aufstieg für 5. Alter, wird's wie verarschen. Höhe... Höhe, höhe, höhe. Labelle, finanzielle Granate-Falle,stanbul, vor meinem Einsteigseiz zur Sprengladung-Face. Ähhh! tegooaa... Warum nicht? Da ballert der Scheiß aber noch härter rein. Ich brauche überall diese Sprungfedern. Okay, mehr kann ich nicht machen. So, dann wollen wir mal weiter Leuten ins Gesicht schießen, ne? Das Holz klang gerade ziemlich merkwürdig. Sarah, wir stehen unter Helikopterbeschuss. Ziehen Sie, Philipp, diese Aufmerksamkeit auf sich. Das erledige ich. Das kann ich. Wow! Kannst du mal bitte treffen? Oh Gott! Oh Gott! Oh! 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 Ah so ist doch der nicht oben, um Leben oder was? Hä wo ist der? Ich höre hier ein Schussgeräusch. Nur ich kann das nicht orten, Alter. Es kommt irgendwie von unten oder so. Das klingt irgendwie übelst merkwürdig. Ach das ist auf mich zugeflogen. Ich hab ja jetzt die Streuung freigeschaltet. Darauf muss ich erstmal kommen. Ich hab das komplett vergessen. Also der Pfeil ist schon ziemlich OP, wenn ich das so sagen darf. Oh der ist schon tot, okay. Kann ich noch irgendwas looten? Nee, sieht nicht so aus. Okay. Kommt grad raus. Ich denk mir jetzt kommt Nahkampf. Wow! Warum ist der auf einmal explodiert? Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Das ist noch einer! Oh Gott! Oh Gott! Wer traut doch nicht so! Ich bin auf dem Weg, Leute! Ich bin auf dem Weg, Leute! Ich bin auf dem Weg, ich bin auf dem Weg Ich bin auf dem Weg! Easy, Boys! Easy! Das war aber wirklich ziemlich einfach. Ich muss einfach um seine Füße ballern. Obwohl ich hätte noch einen Explosivfall gehabt. Ich hätte ihn auch einfach in die Luft jagen können. Naja, ist jetzt auch egal. Okay, das wird jetzt lustig. Das funktioniert echt gut, was ich gerade mache. Na, let's go! Feind, entdeckt! Jakob. Sie sind weg. Ich fürchte, dieser Kampf ist längst nicht vorbei. Erzählen Sie mir mehr über diesen Ort. Das haben Sie verdient. Kommen Sie mit. Vor langer Zeit brachte unser Prophet die göttliche Quelle in dieses Tal. Meine Vorfahren bauten Kitesch, um sie vor der Außenwelt zu schützen. Wozu denn? Was ist die göttliche Quelle, Jakob? Ein Artefakt aus längst vergessenen Zeiten. Wir glauben darin, ist ein Fragment der Seele Gottes. Der Legende nach erhielten jene, die die Quelle erblickten, die Unsterblichkeit. Aber schon immer wurden auch andere angelockt von Ihrer Macht. Trinity. Ja. Sie wollen Ihre Dunkelheit über die Welt bringen. Mit der Quelle wären Ihre Soldaten unbesiegbar. Helfen Sie mir, sie zu finden, bevor Sie es tun. Das ist nicht Ihre Bürde. Doch, natürlich. Mein Vater ist dafür gestorben. Sie können Ihre innere Leere nicht füllen, Lara. Sie können sie nur freigeben. Ich werde sie finden. Mit oder ohne Hilfe. Warte! Sophia, lass mich gehen. Ich muss tun, was ich kann. Du hast Blut für uns vergossen. Ich will dir helfen. Du weißt, wo der Atlas ist? Die Kathedrale. Die unterirdischen Archive. Aber dahin folgen wir dir nicht. Wieso? Was finde ich dort? Da sind andere. Die Unsterblichen. Sie töten jeden Eindringling. Mein Vater glaubt, sie werden Trinity stoppen. Darauf kann ich nicht warten. Ich weiß. Hier. Nimm das. Damit schaffst du es zur Kathedrale. Pff. Wie bringt mich jetzt ein Drahtseil dahin? Ob ich mich so fragen darf? Also ich mach ja nur, ne? Sie hast gerade ein Drahtseil in die Hand gedrückt mit den Worten, das bringt uns dahin. Also. Okay. Hui. Okay, das war cool. Okay, das Ding ist echt cool. Ich denke mal, das wird das Drahtseil gewesen sein, was ich hier gerade mache. Ich muss ja vor allem nicht den Knopf drücken und mach das von alleine. Okay, ich denke mal, ich muss X drücken. Ich hab bis jetzt zumindest hier jetzt mal X gedrückt. Hui. So, und jetzt hier hoch. Und alle, hopp. Hoah. Wie hat das funktioniert auch? Ich kann mich mit... Ich kann den Haken da einfach so reinwerfen. Okay, das ist cool. Okay, das ist echt ne coole Mechanik von diesem Spiel. Das macht ein bisschen Spaß, wenn ich eigentlich bin. Lara, wenn du zur Kathedrale willst, Trinity ist da überall. Ich weiß, aber mir bleibt keine Wahl. Der wäre freigeschaltet. Mh. So viel Gewalt und Tod. Jacobs Leute haben so viel durchgemacht, aber sie kämpfen weiter. Sie sind durch ein Eid ihrer Vorfahren gebunden. Eine Pflicht aus der Vergangenheit. Aber ich sehe ein Volk, das nur in Frieden leben möchte. Ich glaube, sie sollten die Vergangenheit loslassen. Wenn ich den Atlas finde, führt er vielleicht zur göttlichen Quelle. Wenn ich sie von hier fortbringe, müssten sie nicht mehr leiden. Sie könnten die Bürde der Wahrheit mit der Welt teilen. Aber wenn das alles zu nichts führt, weiß ich nicht, was ich tun soll. Okay, cool. Nehme ich. So, ich habe jetzt hier irgendwie... Ah, ich habe das Ding gekriegt. Das Ding sieht cool aus. Ist das ein MP7 oder ein MP9? Bin mir jetzt nicht sicher. Sieht mir mehr nach einem MP7 aus, wenn ich ehrlich bin. Ich bin mir halt nicht sicher. Erhöhter Schaden. Ich brauche vier von diesen komischen Glitzerbarren. Ich könnte bestimmt noch es lootboxen. Erstmal den Schaden erhöhen. Und dann nehmen wir mal hier die... Nachleidegeschwindigkeit. Dann nehmen wir noch... Schossfrequenz auf jeden Fall. Und schon ist das Ding eigentlich ziemlich krass. Das Ding ist jetzt eigentlich ultra krass. Holy shit. Ne Schnellwechseltrommel. Das Ding will ich ja haben. Ich bin ein bisschen verliebt. Geht das Ding auch hier dafür? Gibt es sowas auch hierfür irgendwie? Irgendwo? Ah ne. Nur ein kleines... Nein. Aber ich will nicht das Ding dabei haben. Aber ich will doch lieber das Ding hier haben. Es gibt noch ein weiteres Gewehr. Aber das denke ich mir auch nicht bekommen. Sind hier auch irgendwie so eine erweiterte Trommel? Ah ne. Es gibt nur sowas hier. Das sieht aber schon fett aus. Und dann noch das hier. Uh. Das wird es glaube ich noch dauern, bis ich das Ding habe. Schön. Dann haben wir auch noch hier diese... Uzi. Die könnte ich eigentlich auch mal nehmen, ne? Aber ich habe eigentlich schon stumm geworden. Ich bin eigentlich bis jetzt mit... Was ist das hier? Ja, mit dem Ding hier mehr zu zufrieden. Das Ding ist richtig geil. Sieht vor allem auch richtig schön aus. Richtig schön in der Zeit. So. Was ist die Schnellreise? Das müsste ich eigentlich auch irgendwann mal machen, um diese ganzen Neemissionen alle komplett durchzuballern. Ich habe hier noch so viel offen. Sogar in den Anfangsgebieten. Ah, guck mal. Hier hat es angefangen. Da bin ich hier hingegangen. Je weiter ich gekommen bin, desto weniger habe ich glaube ich eingesammelt, oder? Ach du Scheiße. Alter, wenn ich das hier schon sehe, denke ich mir schon... Oh, fuck. 40%. Hier sind wir 30% gefunden. Hier habe ich 40% gefunden? Hier gab es so viel zu holen? Wandgemälde. Okay. Oh, hier habe ich auch wieder eine Menge vergessen. Wie viel habe ich hier? 10%. Wow. Achso, das ist das neue Gebiet, wo ich angekommen bin gerade, ne? Und das hier? Wie, ist das hier schon das nächste, oder bin ich jetzt hier gerade? Ne, ich bin... Ich müsste jetzt hier sein, ne? Oh, Leute, die Shit, Mann. Ich kann auch so viel in diesem Spiel machen. Das ist echt cool. Aber ich würde erst mal sagen, Leute, das war es für heute gewesen. Ich mache jetzt erstmal eine kurze Pause. Wir tun so ein bisschen die Ohren weh von dem Headseater. Das ist schon ziemlich laut. Ich meine, das hat schon richtig Kino-Feeling. Wenn du so im Kino sitzt, Alter, dann irgendwas passiert, dass das euer Gehör irgendwie so richtig so... Oh, Scheiße, Mann. So wegfetzt. So fühlt sich das bei mir so ein bisschen an auf... Ich kann es nicht richtig beschreiben. Es ist einfach so. Jetzt zum Beispiel finde ich es angenehm. Der Regen, schön angenehm. Genau die richtige Lautstärke. Bei den Gesprächen auch richtige Lautstärke. Aber sobald irgendwas explodiert und ich ballern muss wie so ein Bescheuerter, dann tun mir die Ohren richtig weh. Aber naja, ich würde dann sagen, das war es erstmal gewesen, heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.